Yo, Jungs und was geht ab? Hallo wieder am Start, herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 AP-Video, Leute. Und zwar heute haben wir was ganz Besonderes vorbereitet, Leute. Und zwar, wir werden heute Sport machen, Leute. Und nicht nur irgendeinen Sport, Leute, sondern wir werden einen richtig krassen Sport machen, Leute. Und zwar hole ich mal ganz kurz hier raus. Ich habe mir einen dicken Golfstecker benutzt, Leute. Und leider meine Cam ist gestorben. Aber egal, Leute. Wir werden heute sehr viel Spaß haben, Leute. Und zwar, wir werden mit den Jungs Golf spielen gehen. Aber als erstes brauche ich dafür natürlich ein geiles Golf-Outfit, Leute. Und ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz hier, Leute. Und weil ich Russik und Max mithole, ja, habe ich mir extra den X6 hier ausgeliehen von meiner Werkstatt. Und ich würde mal sagen, Leute, wir fahren dann erstmal zum Klamottenladen. Und werden uns dicke, fette, geile Golf-Klamotten holen. Und danach werden wir die Jungs im Golf auseinandernehmen, Leute. Let's go! Leute, und leider, Golf ist immer ein teurer Sport. Deswegen sind die Klamotten auch nicht bei einem Schmalspurladen. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen ausgeben. Aber ist gar kein Problem, Leute. So, wir gehen mal hier ganz kurz rein. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag, dir hier. Ja, ich glaube, Sie haben sich hier verirrt, ja? Ja, nee, glaube ich nicht. Und zwar, ich gehe jetzt golfen beim Jungs spielen. Ich bräuchte ein cooles Golf-Outfit, ja? Ja, aber das ist ja nicht die alte Kleidersammlung. Ja, also passen Sie mal auf, ja? Ich weiß, Sie versuchen da irgendwas zu kompensieren mit Ihren Klamotten und denken, Sie würden reich aussehen. Aber ich scheiße auf sowas, weil ich wirklich Geld habe. Also, beraten Sie mich jetzt hier oder soll ich zu Ihrem Konkurrenten gehen? Nein, natürlich werde ich Sie beraten. Ja, jetzt willkommen. Hier, wir haben die beste Ausstattung für Golfer, ja? Ja. Wir haben alles, was Ihr Golferherz begehrt. Einmal bitte, ne? Ich brauche schöne Schuhe dafür, eine Hose, ein Oberteil und Handschuhe. Das sieht man mir irgendwie auch an. Darf ich Sie beraten, was den Kauf angeht, ja? Wissen Sie was? Wissen Sie was? Machen Sie mir mal ein Outfit bereit, ja? Dann gucke ich, ob ich das annehme oder nicht. Okay, ich lege ein paar Sachen raus. Warte, jetzt mal gucken, Alter, ey. Das war wieder so ein richtiger... Ich hasse so Snubs, Leute. Ist doch scheißegal. Klamotten sind eh egal, Leute. Aber die feinste Lederhandschuhe von nordirländischer Widerinder. Oh, ja. Haar, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Machen wir eine Seidenhemd. Aha. Eine Golfmutter. Gucken wir mal. Erst kurz. So. Oh, italienische Lederschuhe. Oh, handgefertigt. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Aber egal, Leute. Egal. Wir werden eh heute beim Golfhemd heute einiges gewinnen, Leute. Das ist ja easy peasy. So, der Herr. Ja, ich habe ihn mal kurz in ein Outfit zusammengestellt. Ja, tun Sie es mal da rein. Ja, so. Perfekt. So. Leute, ich würde mal sagen, ich ziehe mich jetzt hier um. Und dann könnt ihr auch mal bewerten, ob das Ganze cool aussieht oder nicht, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, Leute. Ich sage kurz ehrlich. Wow. Ich sehe aus wie ein Golfer. Sie sehen richtig gut aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Ja, das dürfen Sie mal anmerken. Ja, wissen Sie was? Sie sind toll Designer eingerichtet. Ja, ja. Gefällt mir. Gefällt mir. Wisst du was? Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Sehr schön. Das freut mich. So, was kostet der ganze Spaß? Wir sind bei 23.000 Dollar. Boah, Leute. Möchten Sie mit Karte zahlen oder? Ja, ja. Ich zahle mit Karte. Ich habe eine wirklich teure vorgeschellt. Bin ich ehrlich. So. Ich habe ihn direkt hier so scannen. So, bitteschön. So, tack. Und hier wieder. Ne? Da haben Sie mal was wieder gelernt, ne? Man sollte nicht aufs Äußere achten. Weil ich werde auf jeden Fall nie wieder einkaufen. Verdammt. Erzählen Sie nicht meine Boss. Ja, 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 ja. Bla, bla. Sehen wir dann noch, ne? Natürlich so ein Angestellter. Leute, der mir gar nicht gehört. Der macht wieder auf dicke Hose. Aber egal, Leute. Ich habe mein Golf-Aufsit ready. Und ich würde sagen, wir gehen die Jungs abholen, Leute. Ich würde sagen, als erstes gehen wir Max abholen. Der weiß Bescheid, Leute. Ich habe ihm gesagt, wir machen heute ein bisschen Golf und so, ne? Aber, Leute, ihr wisst halt nicht, dass jeder von uns eine Million GTA-Aten oder heute setzt. Das heißt, wir müssen die Jungs unbedingt abziehen, Leute. Das wäre so wichtig. Ich würde sagen, wir fahren zu Max und sehen uns gleich wieder. So, Leute. Erstmal hier bei Max reinfahren. So. Den werden wir heute so abziehen, Alter. So. Okay, er ist zu Hause, Leute. Beide Autos sind zu Hause. Das heißt, er ist da. So, wir klingeln mal ganz kurz hier. Ach, wisst ihr was, Leute? Scheiße, wir gehen einfach rein. Hey, Armin, was geht ab? Oha, wie siehst du aus? Bereit für eine Runde Golf heute. Wie? Golfen? Wir waren noch nie golfen. Ja. Bild mal Zeit, Alter. Immer sind wir Autos am Klauen, irgendwelche Kriege am Führen. Lassen wir uns ein Spannendes zu dritt machen. Geil. So richtig auf Rentnerbasis im Leben angekommen. Ja, aber so richtig Rentner. Alter, sieht es richtig frisch aus. So voll Designermäßig. Ja, muss auch mal sein, Golf. Max, geh dich umziehen. Du hast noch ein paar Golf-Sachen ready. Natürlich habe ich Golf-Sachen. Ich ziehe mich kurz um. Leute, wir warten hier, bis Max dich umzieht. Und dann geht es richtig los. Und jetzt sage ich jetzt, bis gleich. Ja, la, la, Leute. Jetzt warten wir. Armin, wo bist du? Oha. Oha. Angel in white oder was? Alter, normal. Das ist meine Golf-Ausrüstung. Das sollte ich nur sagen. Max, doch, doch. Max hat Drip. Oh, Max sieht gut aus. So, Max. Aber wir müssen noch, bevor wir jetzt zum Golfplatz fahren, müssen wir noch rustig abholen. Ich habe uns extra einen kleinen X6 geholt, damit wir alle reinpassen. Oh, sehr nice. Natürlich denke ich auch, meine Jungs hier. Muss ja keiner selber fahren. Ich bin mal echt gespannt, ob Rustig Golfklamotten hat, weil der sieht für mich nicht aus wie ein Golfer. Ich weiß nicht. Ich glaube, Rustig, den juckt das nicht so. Ja, okay. Aber egal, Leute. Ach, soll auch ruhig mit normalen Klamotten. Max und ich, wir haben uns nur umgezogen. Wir haben uns nur umgezogen fürs Feeling, Alter. Wir haben einfach nur viel Style, Junge. Ach, Max, jetzt, wo du schon drin bist, ne? Wir spielen um eine Million Gitarre, jeder setzt das. Hallo? Hättest du das nicht mal früher sagen können? Warte, 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 ganz kurz. Ich habe mein Chickenkissen vergessen. Hast du nämlich Angst? Okay, komm, ich hole mir die eine Million. Ja, easy. Ach, Leute, so will ich das auch haben. Oh, der bricht ja voll schön aus hier, Leute. Gass, Leute. Ja, Entschuldigung. Wir fahren jetzt so aus. Ich hole die Brea. Bis gleich. Leute, wer hat denn irgendwie von diesem Climax hier das Anwesen geschenkt bekommen? Der hat das auch so lange. Von diesem Fake-Ein. Aber der Climax ist in Schmalspur. Oh, ha. Ey, du bist einfach Climax, ey. Dafür benutzt er also seine Kopfschläge. Wow. Sorry, Jungs. Sie dachten, ich habe euch nur von hinten kommen sehen. Oh, Rufzik, was geht. Oh, mein Gott. Aber wie sind Ihre deine Golfschläger schon draußen? Ja, perfekt. Wir gehen heute Golf spielen. Hä? Man kann damit noch spielen? Ja, klar. Ich habe extra das Ding angemietet. Den Golfplatz habe ich angemietet. Ey, Digger, reichst doch Autos klauen, Kriege führen, Militär, Polizei. Lass uns doch mal was Spaß haben zu dritt. Einfach mit einem normalen, was friedlichen. Ey, Jungs, warte mal. Ich ziehe mich um. Oh, ey, geht's dich umziehen? Aha. Ey, jetzt bin ich auch mal gespannt. Leute, ich bin auch mal gespannt. Was zieht Rufzik zum Golf an, Leute? Weil ich ziehe mich ganz kurz wieder hier meine Brille und meinen Hut auf. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Oh. Jungs, auf geht's. Was ist das denn? Ey, Rufzik, du bist der Knaller. Mein Golf hat für dich. Ehrenmann, komm ich, der Gein. Wax, wir fahren's. Komm ich fahren's. Wax, einmal bitte zum Golfplatz, ja? Okay, Leute, wir fahren jetzt zum Golfplatz. Ach ja, Rufzik, jetzt, wo du schon drin bist, es geht um eine Million, ne? Jeder sitzt eine Million. Ah, okay, kein Problem. Ja, guck mal, das wollte ich hören, Max. So, und so, und kannst du ein Beispiel nehmen. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ist halt nicht jeder so reich bewusst. Wie fährst du eigentlich? Mich aber immer. Egal, Leute. Egal, wir fahren jetzt zum Golfplatz, Leute. Und dann... Don't be gentle, it's a rental. Juckt mich doch nicht, wenn ich hier einen Kratzer reinmache. Digga, so ein Assi, Leute, so ein Assi. Egal, Leute, wir sehen uns beim Golfplatz wieder. Oh, Leute, wir sind angekommen. Okay, Max, du, hier parken, hier parken. Ja, hier schön vom Eingang geparkt. Genau. Die Chefs. So, Leute, alle mal bitte die Golfjäger rausholen. Oh, ja, warte, ich muss meine raus. Ja, ja, hol deinen raus. Oh, Rustik, ich werde so ein One-and-Hole gegen dich machen. Ihr werdet so verlieren gegen mich. Heißt Hole-and-One, oder? Ja. One-and-Hole, Hole-and-One. Ja, gut. Ah, mir kennt sich richtig aus, ich merke schon. Wir gehen jetzt rein und fangen an, Leute. Oh, wie so eine Golf. Let's go. Oh, Rustik, du hast ja jetzt schon reingejoked gerade. Ja, Rustik, du darfst nicht so oft machen. Ah, nein. Du weißt, wer weniger Schläge hat, der... Der ist besser, Rustik, ne? Oh, ich hätte mit mehr Power machen sollen. Oh, nein, ey, ich muss mich erst mal dran gewöhnen, wie viel Power man machen muss. Oh, ich hab's. Nice. Ey, das ist voll ungewohnt, Leute. Wir spielen das erste Mal kostet. Nein, 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 nein. Oh, mein Gott. Egal, wir sind drin. Vier Schläge. Scheiße, du hast drei, ne? Max? Ich glaube, es sind zwei. Du krägst nicht mehr, schade. Ich hab's in zwei Schlägen geschafft. Oha, was ist das denn hier für ein Level? Hallo, Rustik, bist du noch da? Nein, oh mein Gott. Jungs, ich bin da, aber ich check das nicht. Ja, du musst halt mit der linke Maustaste draufdrücken und dann halt ausholen. Guck mal, erst mal wählst du die Richtung aus. Ja, schon klar, aber... Du musst einfach nur einen Schläger nach vorne. Guck mal, warte, was ich jetzt mache. Was ist das? Oh, ich hätte viel mit mehr Power machen müssen. Nein, oh, 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 Gottes Willen. Leute, wir sind so Noobs hier. Egal. Ich bin mal gespannt, wer das Ding am Ende gewinnt. Oh, Rustik hat's reingeschafft in drei, aber ich mach auch in drei, oder? Nein, nein, ich Idiot. Let's go, Max ist weiter hinten, Leute. Max ist weiter hinten. Wir sehen. Max hat wirklich schon zwei Schläge gemacht. Oh mein Gott, das ist so ein schlechter Winkel hier. Ja, gefällt mir. Oh, geil, Leute. Jetzt brauch ich noch einen. Oh mein Gott. Ich glaube, Max ist trotzdem erster Platz dann noch, Leute. Max ist trotzdem der erste Platz. Sehr, sehr schlecht. Mir gefällt's, mir gefällt's, sag ich dir ehrlich. Das ist geil, ist geil, Digga. Oh mein Gott. Ist das hier ein Rampel, ist da ein Loch zwischendrin? Testet ihr mal, testet ihr mal vor uns dein Loch? Oh, hole in one. Ich seh, dass du irgendwo tief drin bist. Ich hab hole in one gemacht, du Siegel hole in one. Was? Adversion hole in one. Okay, Leute, ich mach jetzt mal. Power. Ich hab auch einen. Ja! Er ist raus. Oh mein Gott, so knapp vor ein hole in one. Oh nein, Leute, ich bin voll weit. Ich bin der Letzte. Ich bin einfach der Letzte. Warte mal, was siehst du hier ein Ranking? Wenn du Tab drückst. Ach, lol. Da sieht man die Schläge, die man braucht. Okay, krass. Oh mein Gott, war das knapp vor ein hole in one. Nein, ich auch nicht. Egal, zwei. Zwei, Leute, ein paar. Ein paar ist okay. Ein paar ist okay. Max hat auch ein paar. Fast ein bisschen zu stark gemacht. Zwei ist okay. Zwei hat schreien. Zwei ist auch okay. Nein, drei ist nicht okay. Drei ist nicht okay. Nächstes Level. Oh, was ist das denn jetzt hier? Äh. Okay. Oha! Ich fliege hier raus. Ich fliege einfach raus. Arme übertreibt komplett. Du brauchst auch ein bisschen Feingefühl hier immer, Junge. Oha. Ey. Nein, 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 nein. Ich rolle wieder runter. Nein. Nice, Maxi. Nice. Weiter so. Ein Schlag ohne Tipper. Nein, 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 nein. Oh nein, ich rolle auch runter. Ich mache den Max. Leute, ich mache einfach den Max. Kann man irgendwie sehen? Ein bisschen mit anderer Perspektive. Kamera oder so? Du kannst raus scrollen so ein bisschen. Mit Mausrad. Ah, ich verstehe jetzt auch. Und let's go. Okay, drei. Nee, in five Strokes. Fünf Schläge habe ich gebraucht. Nein. Ja gut, ich bin... Was? Ich fall wieder runter. Nein. Ey, Leute, das ist doch so ein Scheiß. Armin, du bist ja so schlecht. Nein, Leute, ich werde so viel Geld verlieren. Oh, aber Russi, in vier schläge ich fünf. Und Armin ist jetzt schon bei sieben. Acht Schläge hat er gebraucht. Ach, Digga, sei doch ruhig einfach. Ich mache jetzt ein Hole in One. Oh, warte, das mache ich jetzt ein Hole in One, Digga. Kann man da so in einem durch? Oh, das war gut. Oh mein Gott, Russi, auch schon. Jungs. Ah, das ist leicht, es geht leicht nach oben. Nein. Oh nein. Oh nein. Okay, ich glaube, hier war ich jetzt der Gäste mit zwei. Obwohl, Russi hat auch zwei. Nee, Russi hat mehr als zwei Fries. Ei, ei. So nicht aktualisiert. Drei hat er jetzt schon. Ey, Jungs. Ja. Jungs, warum seid ihr so schlecht hier? Ach, Digga, sei doch ruhig, du hast, weil du der größte Render bist von allen. Guck mal, wie... Nein. Wie kann man denn so ein Lost-Time, Bro? Let's go, Russi. Ey, was ist das denn? Ey, das ist egal, Russi. Ey, ich bin echt gewohnt, wenn wir das Ding am Ende gewinnen. Russi, hä? Du musst einfach nur ein bisschen mit Feingefühl... Ja. Ja, jetzt hat er es. Ich finde, Schläger hat... Digga, oh mein Gott, er hat sechs Schläge gebraucht. Oh mein Gott. Das war es komplett. Hä? Ist das hier so ein Überlooping-Kopf-Looping oder was? Oh. Muss man ganz stark machen. Ey, ich hab fast eine Hole-in-One. Oh mein Gott. Russi, hattest du ein Hole-in-One? Russi hat eine Hole-in-One gehabt. Nein! Hole-in-One, eine zweite, du. Okay, das ist krass. Ich hab ein Zweier. Ein paar. Scheiße, ich hab ein Dreier, Alter. Amir, drei. Ey, das kann nicht... Was heißt, die Jungs jetzt so einen Vorsprung von mir haben? Ey, jetzt geht's hier runter oder so? Macht ihr mal, geht ihr mal vor. Guckt ihr mal, was da passiert. Ich will nicht. Amir, wo schlägst du denn hin? Ach, da an der Seite geht's lang. Ich weiß nicht, ob das so gut war, da runter zu schießen, wo Amir ist. Ich mach einfach mal normal, so. Okay. Oh nein, ey, Mann, ich hab mich verklickt. Das war nix gewesen. Zu schwach, obwohl, das könnte gut sein. So, und jetzt hier einmal noch über diesen Buckel hier drüber. Okay, bin drin, bin drin. Ein Boogie, aber ist nicht schlimm. Nein. Und? Nein! Ja, wieder ein Besser. Ein Paar. Ein Paar mit... Warte, Paar ist zwei, oder? Nee, drei hatte ich. Du hast drei gehabt. Oh, 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 oh. Was? Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ey, das gibt's doch nicht, Leute. Habt ihr das gesehen? Das ist alles geplant. Äh, okay, jetzt geht's hier so runter irgendwie. Bam. Oh, Leute, das werde ich jetzt versuchen. Das muss ich jetzt versuchen. Oh, nice. In einem, das war wichtig. Wo kann man denn da... Verdammt! Amir will abkürzen. Amir macht den abkürzer. Nein! Und jetzt, komm. Nein! Ich muss den so reinmachen. Das liegt schon wieder raus. Lol, nice. Okay, wir haben's in Birdie. In Birdie haben wir mit drei Schläge. Ach, Digga, Leute, das ist so schlecht. Ist okay, drei Schläge. Guck mal, das ist noch grün. Ja. Wenn das grün ist, ist okay. Ey, es ist rot bei mir. Ey, das gibt's nicht, Leute. Ich mach nur rot. Ich hab nur einmal rot. Ich hab nur einmal rot bis jetzt. Ich bin hier der... Leute, ich bin der Golf-Profi. Merkt ihr das? Oh, was ist das so schwierig? Ich bin sogar Zweiter. Was ist das denn hier? Ich glaub, hier muss man richtig draufhauen. Das war zu viel, Leute. Nein, ich flieg ins Wasser. Ey, ich will so in einem Schlag alles rüber machen, Leute. Ich glaub, man muss da so komplett richtig jetzt und... BOMM! Ey, ich hab bis aufs Dach... Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das knapp. Nicht rausfallen. Egal, Leute, das werd ich jetzt reinmachen. Ja, okay, mit... Oh mein Gott, das war zu stark. Drei, ich hab drei. Ist okay, dafür, dass der erste... Das war eigentlich gut. Hä? Guck mal, russet der Kier ganz los unter mich. Oh, ich kann nichts machen. Jetzt. Natürlich, wie du kannst nichts machen? Ey, in sieben, Alter. Der Ball war am Rollen, Ding. Du kannst erst wieder, wenn du ausgerollt bist. Aber mit mir halt. Mit mehr Power. Oh mein Gott. Guck mal, russet der Kier. Oh mein Gott, russet der Kier. Ja, ja. Oh mein Gott. Ey, das ist doch so schlimm. Er ist vorbei, Digga. Er hat noch, er hat noch. Was ist denn los? Ja. Nein, er doffs wieder ab. Oh, er schafft's noch. Oh mein Gott, das... Wow. Er braucht zehn Schläge. Er hat wirklich gar keinen Spaß gefühlt, Digga. Ich aber auch nicht, Digga. Oh, lol. Max, 28. Digga, ich bin richtig gut hier. Ich bin wirklich... An mir ist ein guter Golfer verloren gegangen. Das war, glaube ich, nicht so schlau. Digga, wie lange roll ich noch? Hallo. Ey, nein. Jetzt muss ich hier schlagen, weil ich noch nicht ausgerollt war. Ach, Digga. Sehr gut. Das geht los. Ja, nein, nein. Äh, bei mir ist verbuggt. Ah, jetzt geht's. Nein! Was mache ich? Doch, 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 doch. Ja! Ich muss auch hier so dagegen. Taktik, Leute. Taktik. Taktik, Maktik. Okay, haben hier drei Strokes. Aber ich glaube, ich mache auch jetzt mit dem dritten... So. Let's go. Ja, okay, okay, okay. Aber auch mit drei. Ey, nein. Wir haben gar nicht mehr so viele... Here we go. Oh, was ist das? Hier ist wieder ein Jump oder so, glaube ich. Hier muss man so drüber jumpen wieder. Oh nein, viel zu wenig. Nein. Nein? Ich werde es machen, Leute. Oh! Was? Hätte ich dem ersten nicht reingeschockt, ich habe in einem Schlag vom Start... Bamm, rein. Oh mein Gott. Das ist so satisfying. Warum das macht so gut? In das Loch einfach so rein. Das ist so satisfying. Ey, wie soll ich so machen? Das ist satisfying. Das ist nicht mein Spiel, Mann. Mach doch mal langsam ruhig. Das ist ein Rentnersport. Ihr müsst mal ruhig machen. Nee, das ist für dich der Sport, Mann. Das ist mein Spiel. Nein, nein. Wir werden maximal herausfordern. Wir werden maximal herausfordern, Leute. Wie kommt man denn da runter? Arme, geh mal vor. Guck mal, was da ist. Ja, ja. Man muss da, glaube ich, drüber jumpen und dann... Wie kommt man denn da runter? Boah. Ah, da ist so eine Brücke und jetzt... Ah, hier geht es dann so runter. Okay. Und ein 3-3. Oh, ist gut. Nee, 3 werde ich nicht schaffen. Warte mal, da war so eine Abkürzung. Da war so ein Loch. Ja, war es. Aber ich habe extra nichts gesagt. Boah, Digga, wie kann man denn so ehrenlos sein? Wo war denn das Loch? Ich habe das gar nicht gesehen. Oben, da darfst du nicht zu weit schlagen. Ach, egal. Du durftest nicht zu weit... Oh, sehr gut, Leute. 3-5. Nicht so gut. Egal. Jungs, ich bin letzter. So, warte, wir machen jetzt hier taktisch ein 90... Das ist jetzt so ein klassischer 90-Grad-Winkelschlag hier. Ja, in 2! Oh, das ist strong in 2. Das ist sehr, sehr strong. Jetzt habe ich mit Bann, da habe ich den reingemacht direkt. Birdie! Zu schwach. Egal. Ist egal, Leute. Jetzt bin ich warm. Jetzt bin ich gerade warm, Leute. Okay, Anja trete gerade ein bisschen durch, aber... Hä, ihr habt beide mit 2 Grad geschafft? Okay. Logisch. Oh, was soll man denn jetzt hier wissen, wer es zählt? Sieht man das irgendwie, was da kommt auf einen? Nee, sieht man nicht. Ich hau jetzt einfach mal voll drauf, Leute. Ah. Hui! Oh. Okay, nee, der fliegt zu weit. Der fliegt leider zu weit. Und wieder ein... Nee, ein 3 diesmal. Schade. Boogie. Oh, Leute. Russack und Max. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Oh, mein Gott. Nein, Russack. Mit mehr Power, Russack. Mit mehr Power. Los, ey. Mann, was war das? Oh, mein Gott, Russack. Wichtig. Double boot. Schlecht bei mir auch 4. Sehr gut. Schlecht. Wobei, haben wir 3, ja, nur einer besser. Ist okay. Okay. Ist okay. Da sind nicht mal ganz so viele Punkte. Du musst... Ich müsste nur eins erwischen, wo du komplett verkackst. Ich verstehe. Hier muss man das Timing. Und... Nein, ich habe auch fast einen One gemacht. Und zwar... Ich habe aus dem Start einen One... Nein. Schieb mich, schieb mich ein bisschen. Schieb mich ein bisschen. Okay, ist gut. Ist okay. Ey, damit kann ich arbeiten. Mit 2. Das wird jetzt ein 2er. Nein, 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 nein. Das wird kein 2er. Ja. Verdammt. Oh, ich habe fast einen One gemacht. Äh, crazy. So, und jetzt... Oh, jetzt muss man hier so um die Bande. Oh, hätte ich ein bisschen mehr Power machen müssen. Hätte ich mehr Power machen müssen hier. Jungs, warum seid ihr so ruhig? Ich merke schon, keiner mehr redet hier auf einmal. Nein, nein. Nein. Und blub rein. Einfach gedankt. Rein gedankt. Er hat einfach gewonnen. Leute, diesen. Oh mein Gott. So. Diesen. Hä? Wie? Machen wir nochmal? Okay. Hopp. Aber in 6, Leute. Das ist satisfying. Ja, Max hat das gewonnen. Max hat das gewonnen, Leute. Ich bin der Golf-Profi. Hä? Was ist das denn jetzt hier? Ähm, lass mich mal taktisch überlegen. Warte mal, man muss so... Hä, ich muss auch? Nein. Oh, das war zu arg. Das war aber zu arg. Aber die Richtung stimmt. Die Richtung stimmt. Es war nur zu viel Power. Nein! Oh! Oh, ist dieses Level eklig. Das ist echt ein ekliges Level. Oh, ist dieses Level eklig. Ja, Digga. Das ist ein heftiges, saftiges Level. Also da wären wir alle jetzt auch nur... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott, rustig. Alter, das gehst du nicht wie ich da wieder raus. Ey, Leute, nein. Das geht, das wird... Ey, nein. Das wird uns komplett brechen, Leute. Das wird uns alle komplett brechen. Das ist ja so schwer, hier reinzukommen. Hä? Konzentration. Grossack, aggressiv. Nein. Ey, Bro, wenn man auch zu weit obendran kommt, dann fliegt man direkt wieder zurück. Nein, 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 nein. Ich bin gebrochen von diesem Level jetzt schon. Hä? Ich bin der Golf-Profi! Ey! Ich bin der Golf-Profi, Digga! Ja, ich bin auch drin, aber erst nach sieben. Max, nein! Leute, guckt euch das an. Ey, Cramx auf Platz 1. Ich habe nur 56 Schläger insgesamt gebraucht. Armin 74, rustig 80. Ach, Mann. Ich will ne Revanche. Ich will ne Revanche. Ich will ne Revanche. Ich will ne Revanche, ich will ne Revanche. Leute, wenn es euch gefallen hat, dass wir mal Golf gespielt haben, Leute. Lasst gerne einen Like damit. Und wenn ihr den Revox sehen wollt, in Golf, dann schreibt es in die Kommentare, Leute. Bis zum nächsten Mal. Sorry für die Camp, Leute. Bald klappt die Camp wieder. Tschüss.